Wuppertal, Industriestadt im Rönen. Midori-Jutaka-Takogi-Otos, Wuppertal. Eingebettet in landschaftlich reizvolle Höhenzüge liegt Wuppertal, die Industriestadt des Bergischen Landes. Kleiss und Unternehmergeist ließen schon im vorigen Jahrhundert zahllose Fabrikationsbetriebe entstehen, die sich an den Ufern der Wuppa ansiedelten. Textiles und Chemikalien wurden die clössigen Industrie der schnellen Stadt der Barmen und Elbefeld. Er ist immer noch ein paar Schwerken, und die Begrüßungen in den Karten sind. Wuppertal-Bärmen, die neue Schwerken-Küche in der Stadt. Ansonsten, die diese Stadt der Monorail-Küche sind die Schwerken-Küche, Die Schwerken-Küche in der Stadt der Stadt ist der größte Schwerken-Küche. Der Parkour ist die Schwerken-Küche.